Gebrauche oder verliere es, das ist ein Gesetz der Natur. Das betrifft auch harte Knochenmasse. Sie baut ab mit schweren Folgen, die sogar tödlich enden können. Mehr dazu jetzt. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's. Dein Organismus befindet sich im ständigen Auf- und Abbauprozess. Ab dem ungefähr 30. Lebensjahr überwiegt der Abbau, wenn du nichts dagegen tust, das vorneweg. Jedes Jahr verlieren wir dann grob ein halbes Prozent Knochenmasse. Kommt es aber zur Osteoporose, kann der Abbau jährlich bis zu 6 Prozent betragen. Bevor es aber zur Osteoporose kommt, gibt es eine Vorstufe, die Osteopenie. Eine Warnung sozusagen, wenn sie richtig gedeutet wird. In welchem Stadium sich der Abbau befindet, kann ein Arzt mittels Knochendichte-Messung bestimmen. Da gibt es einen T-Wert, eine Kennzahl, die den mineralischen Gehalt der Knochensubstanz angibt. Den BDM, Bone Mineral Density. Und dieser T-Wert zeigt an, ob es noch keinen Abbau gibt oder schon die Vorstufe, die Osteoporose, möglicherweise eben auch schon die Osteoporose gibt. Lass uns darüber sprechen, was hilft gegen diesen Knochenabbau. Zunächst einmal typischerweise das Calcium. Über die Nahrung zugeführtes Calcium ist besser geeignet, als nur eine Calcium-Nahrungsergänzung zu nehmen. Nicht aber über Milch und Milchprodukte in zu großen Mengen, da hier das Calcium-Magnesium-Verhältnis nicht gut ist. Dann lieber über Brokkoli, Sesam, Mandeln, gemahlene Hiasamen zum Beispiel. Magnesium als wichtigstes Knochenaufbaumineral ist enorm wichtig. Und gerade hier sind so viele Menschen im deutlichen Mangel. Und es hat noch eine weitere wichtige Aufgabe. Magnesium aktiviert Vitamin D. Und dieses aktivierte Vitamin D ist sehr wichtig für die Calcium-Aufnahme im Darm. Wenig Vitamin D und wenig Magnesium gleich wenig Calcium-Aufnahme. Obwohl du calciumreiche Lebensmittel isst. Und wenn wenig Calcium aufgenommen wird, holt es sich der Organismus aus den Knochen heraus. Und genau das dünnt ihn aus. Auch Kalium ist sehr wichtig für die Knochendichte. Genau das puffert aber Säuren von zum Beispiel Zucker, Weißmilch, Cola und Wurst. Dann steht das abkommandierte Kalium den Knochen weniger zur Verfügung. Lass mich noch mal ganz kurz zum Vitamin D zurückkommen. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann hast du sicher schon mitbekommen, wie wichtig ein guter Vitamin D-Spiegel ist, den wir heutzutage als Dauerhöhlenbewohner, wir sind ja nicht mehr den ganzen Tag an der Sonne, ohne Nahrungsergänzungen nicht erreichen können. Wenn du eine Vitamin D-Ergänzung nimmst, dann sollte die auch unbedingt Vitamin K2 haben. Am besten in der hochwertigen, sogenannten MK7-Form, weil die besonders gut aufgenommen wird. Das K2 lott die durch Vitamin D verbesserte Calciumaufnahme, nämlich zu den Knochen, statt in die Gefäßwahn, wo Calcium auf Dauer Probleme machen könnte. Interessant ist, eigentlich bräuchten wir kein K2, weil es in einem sehr gesunden Darm selbst hergestellt wird. Aber genau das ist das Problem. In einem gesunden Darm, ja, wer hat denn den noch? Und selbst wenn, woher wollen wir wissen, ob genug Vitamin K2 hergestellt wird? Deshalb risikofrei und ohne irgendwelche Nebenwirkungen, zumindest wenn du keine Blutverdünner nehmen musst, da musst du mit K2 ein bisschen aufpassen. Pro Vitamin D-Portion 200 Mikrogramm Vitamin K2, dann bist du safe. Auch das Spurenelement Bohr ist sehr wichtig für stabile Knochen, weil es die Ausscheidung von Magnesium und Calcium über den Darm reguliert, damit die in einem ausgewogenen und damit gesunden Verhältnis zueinander stehen. Das ist der Grund, warum Bohr so wichtig ist. Ordentliche Mengen davon stecken zum Beispiel in Pfirsichen, Gurken, in Nüssen und Pflaumen. Auch Vitamin C und Silizium sind für eine Stabilisierung des Kollagens in den Knochen zuständig. Die beiden findest du zum Beispiel in Hirse, Kartoffeln, Spinat, Erbsen, Paprika und Bananen. Ja, du erkennst, es ist immer wieder das Gleiche. Wer sich grundlegend gesund ernährt, stellt dem Organismus fast alles in notwendigen Mengen zur Verfügung. Und der Körper, der macht das dann schon. Wir haben nur eine Herausforderung, die ich gerade eben schon mal angesprochen hatte. Nur dann, wenn der Darm wirklich gesund ist, kann er auch die ganzen über das gesunde Essen angelieferten Nährstoffe auch aufnehmen. Und eine gesunde Ernährung heilt natürlich auch den angeschlagenen Darm. Das aber leider sehr, sehr langsam. Falls du von Osteoporose oder der Vorstufe betroffen sein solltest, mein wichtigster Tipp ist, dann eine gut durchdachte Darmkur zu machen, die ohnehin dafür sorgen wird, dass du dich gesünder ernährst. Wenn du magst, klick auf den Link in der Videobeschreibung zu diesem Video. Da gibt es ein Infovideo zu einer Darmkur, die ich gemeinsam mit dem Vita-Moment-Team entwickelt habe und schon von weit über 10.000 Menschen gemacht wurde. Die Feedbacks, die sind fantastisch. Als letzten Punkt möchte ich unbedingt noch die Bewegung ansprechen. Nur dann, wenn der Muskel mit dem zusammenhängenden Knochen bewegt, belastet wird, gibt es das Signal im Knochen, dass die Strukturen dort verstärkt werden müssen. Wenn dann noch die genannten Nährstoffe zur Verfügung stehen, dann baut der Knochen auf, wird hart, wird belastbar. Vor allem dann, wenn du schon von Osteoporose betroffen bist. Kein Medikament der Welt schafft das auch nur annähernd, was Bewegen, Kombination mit Ernährung schaffen kann. Das muss ich dir bewusst machen. Und dann auch noch nebenwirkungsfrei. Stopp, stimmt nicht. Es gibt eine Menge Nebenwirkungen bei der Kombination Sport und gesunde Ernährung. Fettabbau, Belastbarkeit, gute Laune, besserer Schlaf, Ausgeglichenheit, Stressresistenz, Energie, gute Laune. Hast du Lust auf solche Nebenwirkungen? Dann tu etwas, beweg dich. Egal was, Hauptsache es macht Spaß. Besonders effektiv ist Krafttraining, weil die Kraft, die auf die Knochen wirkt, hervorragende Impulse für den Aufbau setzt. Bitte bedenke Folgendes. Osteoporose kann lebensgefährlich sein. Wer mit ausgeprägter Osteoporose stürzt, der kann sich viel schneller an den großen Knochen brechen, wie zum Beispiel die Hüfte oder den Oberschenkelknochen. Und der wird dann lange zum Liegen gezwungen sein. Wer liegt, baut sehr schnell ab. Du weißt ja, gebrauche oder verliere es. Das ganze System, auch die Organleistungsfähigkeit, baut dann schnell ab. Auch das Immunsystem leidet unter dem enormen Muskelschwund. Das willst du nicht. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Thema anzupacken, falls es dein Thema ist. Die Darmkur wäre ein sehr guter Start, die genau da ansetzt, wo es am wichtigsten ist. Bist du von Osteoporose betroffen? Oder kennst du jemanden, der davon betroffen ist? Hast du noch eine weitere Idee, was getan werden kann? Schreib es doch bitte in die Kommentare. Ich danke dir. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.